Gop ist überall für Sie da, mit über 1400 Läden. Auf dem Land, in den Quartieren und in den Stadtzentren. Um so ein verschiedenartiges und dichtes Ladennetz zu versorgen, bringt Gop täglich eine enorme Leistung in der Warenlieferung. Das ist das Gop-Zentrallager in Brattle bei Basel. Da werden jährlich über 100'000 Tonnen Waren abpackt, gerüstet und an die 23 Gop-Regionallager spediert. Zum Beispiel noch Chateauneuf. Von diesem Regionallager aus wird auch der entfernteste Gop-Laden im Wallis trotz hohen Transportkosten täglich beliefert. Schon heute Abend muss die Lieferung vor Ladenschluss auf den Betmaralp sein. Der Verlade auf die Seilbahn hat äusserste Sorgfalt und Präzision verlangt. Und jetzt geht die Luftfracht über eine Höhen-Differenz von über 1'000 Meter hoch zum höchstgelegensten Gop-Laden in der Schweiz. Das geländegängige Fahrzeug übernimmt die letzte Etappe und bringt die Lieferung direkt zum Gop-Laden Betmaralp auf fast 2'000 Meter Höhe. So leistet Gop seinen grossen Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung. Mit einer täglich grossen Auswahl an Frischprodukten wie zum Beispiel die feinen Pfirsiche. Hier in den sonnigen Pfirsichgärten werden sie gepflegt. Und wenn sie schön reif sind, sorgfältig abgelesen. Damit sie so bleiben, wie die Natur sie gibt, nämlich zart, saftig und gesund. Denn Pfirsiche haben wertvolle Aufbaustoffe und viele Vitamine. Und schon sind sie bei Gop parat. Zarte, saftige Pfirsiche zu günstigen Tagespreisen. Denn das ist das Prinzip. Heute geerntet und morgen in Ihrem Gop-Laden. Eine echte Gop-Leistung. Unterwäsche für die ganze Familie. Damen Liebli, 2 Stück, nur 12 Franken. Und Damen Bikinislip, 3 Stück, nur 7 Franken. Herrenslip und Liebli, 3 Stück, nur 10 Franken. Und Bubenslip, 3 Stück, nur 7 Franken. Und Maidlislip, 3 Stück, nur 5 Franken. Und bis am nächsten Dienstag. 2 Dosen Spargelspitzen, statt 4,20 nur 3,60. Der Deo Spray Back 3, nur 4,50. Und der Deo Stick, nur 2,70. Und der Roland Rexona Sport, für nur 3,20. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag. 2 Dosen Mondial Ananas, statt 2,80 nur 2,10. Französische Melone Charentais, Stuck, für nur 1,90. Und als aktueller Preisschlager, 3 Abwästbürste für nur 2 Franken. Profitieren Sie von diesen Angeboten. Auf Wiedersehen. In! 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 Vielen Dank.